Hallo Leute, hier ist Jochen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich war mal wieder für einen kleinen Fotowalk in Düsseldorf unterwegs. Diesmal in einem Gebiet, das nennt sich Little Tokyo. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. In Düsseldorf lebt eine sehr sehr große japanische Gemeinde. Es gibt hier Kulturzentren, japanischen Garten und es gibt halt eben ein Gebiet in der Düsseldorfer Innenstadt, das sehr stark asiatisch geprägt und sehr stark japanisch geprägt ist. Da war ich eben unterwegs mit meiner X-E4 zusammen mit dem 35mm F2. Vielleicht ganz kurz noch eine zusätzliche Erklärung zu meinen Fotowalks. Natürlich sind die geschnitten. Ihr seht nicht meine zwei Stunden, die ich durch die Stadt laufe, sondern ihr seht so ein bisschen Best-of. Es ist halt ein bisschen langweilig, wenn ich auch mal eine Weile nicht fotografiere, das zu zeigen. Ich sortiere nur Bilder aus, die wirklich extrem technisch nicht gelungen sind, also total unscharf oder verwackelt oder den Boden fotografiert. Auch Bilder, die ich nicht so wahnsinnig toll finde, bleiben natürlich in dem Fotowalk. Denn das gehört zu Street-Fotografie dazu, dass man auch mal einen Haufen Schrott produziert. Wenn man zwei gute Bilder aus dem Walk mitnimmt, ist das ja schon eine ganze Menge. Deswegen wundert euch nicht, dass das immer nur eine Viertelstunde ist. Ist halt so. Nicht alle Bilder sind jetzt irgendwie outstanding oder große Kunst, ist ja auch völlig klar. Trotzdem sind ein paar schöne dabei, finde ich. Das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß auf meinem Fotowalk durch Little Tokyo in Düsseldorf. Ich hoffe, wir sehen uns bald auf diesem Kanal. Bis dann, macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020